So, willkommen zu Part 16 von meinem Let's Play Torchlight. Ähm, ich denke mal, es geht hier weiter. Ich muss jetzt erstmal hier die Skills wieder richtig machen. Und wo ist es hier? Zwei guten Skills. Wo geht's? Treffer nach unten. Grab der Erweckten, Ebene 7. Das war das, was ich vorher schon gemacht habe. Ah, nee. Falsches Skill. Genau. So, Versicht. Ach, so, das weiß ich nicht, der Richter bei einem. Ah. So. Richter. Ne, da. Zweig. Ah. Was ist das denn? Mist, doch. Äh. Ich schicke meinen Hund jetzt mal wieder verkaufen. Tschüss. Ihr Begleiter hat sich auf den Weg gemacht. Oh, ist hier schon. Bestärkt. Das geht. Was? Nein. Weg. Ah, der hat jetzt ein dummes Gift aus. Okay. Okay. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich brauche 22 Sekunden, bis mein Hund wieder kommt. Pult. Wenn sie rollen. Was ist denn rollen? Zauberspruch. Elementarschutz. Der Zaubernde wird von erhöhten Elementarresistenz geschützt. Ich brauche es nicht. Die in Frage. Und. Ihr Begleiter ist zurück. 616 Gold, ja, das geht im Atmen. Wo ist denn jetzt das Ding, das ich gefunden habe, wo ich mich nicht eingesammelt habe? Schlecht, aber nichts für mich. Ja, Skills wieder, da mein Bomben-Skill richtig bombig ist. Was gibt's hier so? Leg ich mal wieder einen Pfade raus. Ich mach das. Wie funktioniert denn? Ah ne, züge jetzt. Ha, cool, schreiender Verzauberer. Oh Gott, Gift. Ah. Gift, ein Gerät, das gegen den Klamm-Schlüssen verfreundet werden kann? Ah, okay, gut. Danke. Okay, was ich mache, soll ich verzaubern? Ah. Die hier? Was? Ne, da wollte ich nicht. Warte auf I. Ach, Mann, ich komme ja auf Kur. Ist ja nicht. Ne, ich glaube, ich verzauber die hier. Neue Sockel her, das ist gut. Weiße. Das Zeug geht ja schlecht. Ah, Goldfind nur eins erhöht. So. Ich glaube, ich mache den Goldfinden-Ring weg. Kann ich jetzt meinen Hund haben? Goldfinden-Ring. Äh, jetzt habe ich hier einen Sockel in der Waffe. Was mache ich rein? 4 Schaden. 4 Schaden. Gesundheit bei Treffer gestohlen. Feuerschaden. Gesundheit bei Treffer gestohlen. Genau. Ähm. Ich vermute mal den ganzen... ...Kramwembel. So. Weiter geht's. Noch Zeit. Ich weiter richtig kämpfen. Dann bringt's der Wogen. Nein. Ja. Ja. Plus 1 TP. Oh, aua. Okay. Pass. Ich gleiche mich in meine Falle hin. Nicht hier. Äh. Muss ich mal hier. Naja, schlecht. Null. Null. Äh. Daneben. Was ist jetzt durch noch? Acht. Greif ich nicht. War nicht schlecht. Yeah. Lange es ein. Gut. Jetzt mache ich hier kurz decal. Neue Skills. Erhöre die Stufe aller Bezauberung. Erhöre die Stufe aller Bezauberung. Erhöre die Stufe aller Bezauberung. Erhöre die Stufe aller Bezauberungsspruch. Das ist deutsch. Zaubersprüche können gefunden oder gekauft werden. Finden sich im Zauberspruch. Wie bist du deines Inventars? Ne. Bringt's nicht. Äh. Verbössert die Wirkung von Tränken. Erhöht den Zuwass an erfahrenen Ruhm und verringert die Erweckungsabzüge. War nicht schlecht. Feuert drei Protokide ab, die sich Gegner in der Nähe suchen. Ist gut. Erhöht die Stufe aller Angriffszauber. Ja. Okay. Was hab ich hier noch? Stößt Feinde in der Nähe mit der Eiskaltenmacht der Aufrichtigkeit weg. Ja. Okay. Äh. Aber Verteidigungszauber. Mit der Gerechtigkeit. Ne. Ich glaub ich mach mal das hier hoch. Krieg ich doch den hier eigentlich eins für. Ja. Keine Ahnung. Ah halt ich muss noch Attribute hoch machen. Geschicklichkeit, Geschicklichkeit. So. Jetzt hab ich noch das neues Zeug im Inventory. Eventory. Alles identifizieren. Schlecht. 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 Stachelhelm. Besser als meiner. Ich kann nur nicht anziehen. Und daher auch schlecht. Ja. Jetzt geht's wieder reinmachen. Ne. Halt. Gehen. So. Weiter geht's. In der Ebene sieben. Ah. Das schlecht jetzt wieder einen blöden Teleport-Terrainations-Schrott von hinten an. Ah hinterher ist der noch also. Ein Gegner kann eigentlich nicht gefährlich werden. Nur mehr. Ist schon wieder da so ein Schemen. so dumm. So dumm. So dumm. So dumm. Aber guck der kann vergiftet werden. Oh. Ja. Noch so einer. Ähm. Ach, am besten an hier das Ding! Ich muss schnell jetzt dem Leben abziehen, ey. Hakt das Ding. Äh, die Schloch. Ja. Gut, dann mache ich jetzt hier mal einen Schnitt, Fisch ein bisschen und dann gehen wir zum nächsten Part weiter.